Ey Mutterficker, zahlst du für mich, wenn mir was passiert? Zweite Sache ist, die kostet nichts. Ey, da könnt ihr wieder zuhören. Ich war so wie die anderen Wichser, die gesagt haben, nee, das ist Abzocke, Abzocke. Meines Lebens nicht mehr froh, weil ich mich nicht wie ein Mann fühle. Wenn ihr Verantwortung für euer Leben übernehmen wollt, schaut dieses Video. Und wenn nicht, fickt euch. Hallo liebe Leute, hier ist euer super netter Bietong. Ich mach's kurz zu schmerzlos. Ich bin froh, dass mir nichts bis hierhin passiert ist mit meinen 29 Jahren. Aber es hat auch anders kommen können. Ich hätte einen Unfall haben können, nicht mehr arbeiten können. Können, können, können. Und dann hätte meine Familie für mich sorgen müssen. Oder der Start mit der Erwerbsminderungsrente. Sehr mickrig, könnt euch mal damit beschäftigen. Ich hab mir gesagt, nein, ich bin ein erwachsener Mann. Ich seh vielleicht nicht so aus. Aber ich kümmere mich darum. Also habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Ich weiß, einige denken jetzt, oh, voll die Abzocke. Aber ich bin kein Versicherungskaufmann. Ich stecke gerade da drin. Deswegen teile ich das mit euch. Weil es mir damals nicht so gut erklärt wurde. Oder keine Influencer gab, die sagen, ey, kümmert euch da rum. Nein, die kümmern sich nur um ihre Geschäfte. Kauft mein Merch. Checkt dieses Video aus. Oder abonniert mich. Oder ich hab diese tollste App. Oder mein Shampoo. Meine Mütze. Keine Ahnung. Mein, was auch immer. Mein Badewasser. Ich bin kein Experte. Ich hab natürlich die Beratungsgespräche gehabt. Hab's abgeschlossen. Kann jetzt natürlich ein paar grobe Dinge euch beantworten, wenn ihr mich auf Instagram anschreibt. Anton. Ich werd auch eventuell, wenn ich's schaffe oder Bock habe, ein paar gute Quellen noch in die Beschreibung reinpacken, was mir geholfen hat, um ein bisschen Überblick zu bekommen. Aber, wie gesagt, ich möchte nicht, wenn mir was passiert, dass ich, wenn ich ein Krüppel bin, nicht arbeiten kann, nicht noch mehr Sorgen haben, als ich jetzt schon habe. Weil ich bin ein Krüppel, ich kann nicht arbeiten. Todunglücklich. Meine Eltern sehen mich so und wissen dann noch, boah, der ist jetzt sogar arm. Er kann nicht arbeiten. Das, was er vom Staat bekommt, diese Erwerbsminderungsrente, das ist nichts. So gut wie nicht. Dann müssen die mir natürlich helfen. Wenn eure Eltern euch lieben, natürlich wollen die euch helfen. Das heißt, ihr nehmt Geld von denen, weil ihr so scheiße seid und, ja, keine Verantwortung übernehmen wolltet, dass ihr denkt, nö, ich krieg das schon, ich leg was zur Seite. Das ist viel besser, als das Geld in die BU einzuzahlen. Nein, das ist nicht so. Vielleicht passiert euch nie was und mir hoffentlich auch nicht. Also euch passiert hoffentlich nichts und mir auch nicht. Gut, dann kann ich aber ruhiger schlafen, denn wenn mir was passiert, weiß ich, ich hab mich abgesichert. Ich kann meine Familie ernähren, wenn mir was passiert. Ich kann das Haus abbezahlen, wenn mir was passiert. Ich muss meiner zukünftigen Frau nicht aus der Tasche leben und ich kann dir sagen, Schatz, tut mir leid, ich bin ein Krüppel. Ich bin zwar nicht mehr froh, meines Lebens nicht mehr froh, weil ich mich nicht wie ein Mann fühle, aber wir können die Miete zahlen, wir verlieren das Haus nicht, wir können die Kinder auf die Uni schicken, wir können sie unterstützen, weil ich die BU abgeschlossen habe und keine mickrige Summe abgeschlossen habe. Ich kann noch sogar ein bisschen fürs Alter vorsorgen zusätzlich, weil es wird nicht leichter als Krüppel, wenn man älter wird. Und daran müsst ihr auch denken. Ich könnte viele technische Sachen dazu sagen oder Details dazu, aber ich kann nicht beraten. Ich bin nicht so gut darin. Ihr könnt mich anschreiben. Ich kann euch als Kumpel quasi, ja, ich denke, das ist so, das ist wichtig, das kann ich sagen, aber ich will da kein Verkaufsvideo draus machen oder Beratungsvideo. Ich möchte es euch ans Herz legen. Denkt darüber nach und es ist wirklich wichtig. Es ist meine Einstellung, je älter ich werde, ich muss an die Zukunft denken. Was ist, wenn mir was passiert? Ich will nicht, dass meine Eltern für mich aufkommen. Ich will nicht, dass meine Frau, zukünftige Frau für mich aufkommt. Ich will nicht, dass meine Kinder sehen, dass ich ein Krüppel bin und nicht vorgesorgt habe, wenn die älter werden. Denn, Papa, was ist passiert? Ja, ich war dumm. Ich war so wie die anderen Wichser, die gesagt haben, nee, das ist Abzocke, Abzocke. Ja, aber Streaming-Dienste haben und dafür Geld ausgeben, aber kein Geld für sowas Wichtiges oder teuren Handyvertrag. Fuck you. Jeden, der das nicht versteht. Und jeder, der euch sagt, ist das nicht voll Abzocke? Nee, das ist, du bist doch voll blöd. Den könnt ihr fragen. Ey, Mutter Ficker, zahlst du für mich, wenn mir was passiert? Zahlst du meine Miete? Zahlst du meine Altersvorsorge? Nein, macht er nicht. Der hat nur sein Mundwerk. Der sagt, nee, das ist nicht gut. Ja, die wissen es alle besser. Aber dieser Mutter Ficker, der hilft euch nicht. Der putzt euch nicht den Arsch ab. Der zahlt nicht eure Miete. Vielleicht ist es euer Freund. Vielleicht dann, aber vielleicht trennt er sich auch von euch. Stellt euch vor, ihr seid in einer tollen Beziehung, ihr seid ein Krüppel, aber der Mann sagt, ich kann das nicht mittragen, ich verdiene schon so wenig und emotional kann ich das nicht sehen, mit einer krüppeligen Frau zusammen zu sein und sie hat dann noch kein Geld und ich muss dies bezahlen und das. Ja, was passiert dann, liebe Frau? Oder lieber Mann, egal wen ist passiert, stellt euch das mal vor. Erstmal durchatmen. Ich werde immer so emotional beim Thema, weil es ein wichtiges Thema ist. Egal, ob es Fitness ist oder jetzt mit Versicherung, aber das ist gerade die Lebensphase, die ich durchmache. Mehr an die Zukunft denken, vorsorgen, gute Entscheidungen treffen. Das ist meine Entscheidung gewesen. Vielleicht passiert mir nie was und euch nie was super, aber wir wissen es nicht. Und die zweite Sache ist, die kostet nichts. Hey, da könnt ihr wieder zuhören, wenn ihr ein bisschen hinzugehört habt. Bankvoll macht. Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder Freund, scheißegal. Aber wenn euch was passiert, nicht tot, sondern Hirnschädigungen durch Unfall, ihr könnt nicht mehr klar denken, ihr seid nicht mehr richtig geschäftsfähig, dann können die wenigstens, wenn ihr, selbst wenn ihr nicht viel gespart habt, darauf zugreifen, es für euch regeln. Macht es jetzt, wenn es euch gut geht. Nicht, wenn ihr ein Krüppel seid. Dann wird alles komplizierter, unnötig komplizierter. Deswegen kümmert euch jetzt darum. Jetzt, wo noch Corona Deutschland fickt und die Leute so dumm sind und das mit den Impfungen auch wieder so umständlich und nervig ist. Denn wenn alles vorbei ist mit Corona, dann habt ihr keine Zeit mehr, wollt wieder Orgien feiern. Ladet mich nicht ein. Dann habt ihr keine Zeit mehr. Dann geht es darum, nur noch zu verreisen und hier dieses und jenes. Nein, macht es jetzt, während ihr in euren vier Wänden steckt oder kaum rausgeht, was auch immer. Macht es jetzt. Selbst wenn ihr nichts abschließt. Ich habe es euch gesagt. Ihr könnt nicht mehr behaupten, ich bin ein verantwortungsloser YouTuber. Ihr hört das, was ich mit Freunden bespreche, dass ich denen das so mitteile. Natürlich nicht in die Kamera, vielleicht fluche ich weniger, aber in meinem Kopf höre ich immer schon die Kommentare oder sehe ich schon die Widersprüche. Nein, das kann ich nicht, nein, 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 das ist doch nicht gut. Ach, du verkaufst es doch nur, das ist doch viel zu teuer, das rechnet sich nicht. Man kann auch selber sparen, blablabla. Mir passiert eh nichts. Deswegen werde ich schon wieder ein bisschen... Egal. BU, beschäftigt euch damit. Und also Berufsunfähig... Berufsunfähigkeitsversicherung. Langsam junger Mann oder alter Mann. Und bankvoll macht. Klärt das jetzt. So früh wie es geht. Wenn ihr kein Geld habt, das ist euer Problem. Müsst ihr schauen. Vielleicht wenn ihr nach der Ausbildung mehr verdient oder sowas. Oder seid besser mit dem Geld. Ich will da gar nicht so viel zu sagen. Ich bin nicht euer Vater. Ich bin nicht euer Bruder. Ich bin nicht eure Schwester. Ich bin nur ein YouTuber, der ein bisschen was aus seinem Leben mitteilt. Und euch helfen will. Weil ich damals keine YouTuber habe, die solche Dinge angesprochen hatten. Nein, denen ging es nur um sich selbst. Nur um den eigenen Erfolg. Ja, abonniert mich und blablabla. Und deswegen, ich will nicht als Influencer bezeichnet werden. Ich will einfach nur für mich das Beste machen. Die besten Entscheidungen treffen. Und lasse euch dann quasi daran teilhaben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Und wie gesagt, schreibt mich an auf Instagram. Schaut in die Beschreibung auf jeden Fall. Es lohnt sich immer, wenn ich dann Quellen da, dort zeige. Und passt auf euch auf. Seid vorsichtig beim Vertragsabschluss. Seid aufmerksam. Fragt viel. Und im Zweifelsfall passiert euch hoffentlich nichts. Und ihr habt Geld gespart. Wunderbar. Aber von mir bekommt ihr kein Mitleid, wenn was passiert. Ich hab's euch gesagt. I told you so, motherfucker. Damit beende ich das Video, bevor es noch länger und langweiliger wird. Euer Bittau. Bis zum nächsten Mal. Und passt bitte auf euch auf. Nicht nur wegen Corona. Allgemein. Bisschen langsamer fahren. Rechnet mit den Fehlern anderer. Das ist, wenn ihr Vorfahrt habt. Rechts vor links. Passt auf euch auf. Ich will kein Krüppel werden. Ich will nicht, dass irgendjemand von euch krüppel wird. Das hat keiner verdient. Und das ist ein hartes Leben. Und ich glaube nicht, dass jeder dem gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Ich hab da ein bisschen Angst vor. Aber das interessiert eh keinen, wenn keiner bis hierhin guckt. Egal. Danke fürs Zuhören. Euer Bittau.